Ich war auf der Autobahn, als ich mich entschloss, kurz anzuhalten, um auf die Toilette zu gehen. Das erste war besetzt, also ging ich in das zweite. Kaum sitze ich, sagt eine Stimme aus dem anderen WC, Hallo, wie geht es dir? Ich bin von Bekanntschaften auf Autobahntoiletten nicht sehr begeistert, aber trotzdem antworte ich, Naja, geht so. Und der andere sagt, Und was machst du Schönes? Was soll denn das? Die Situation scheint mir ein wenig bizarr, aber ich antworte, Na, das Gleiche, was du hier machst. Da höre ich den Typ irritiert sagen, Hör mal, ich rufe dich später an. Ein Arzt auch nebenan antwortet auf all meine Fragen.